Fakten-Eintopf. Fünf Fakten aus der fabelhaften Welt der Zutaten. Heute, was du noch nicht über Ingwer wusstest. Ingwer wirkt angeblich belebend und das soll sogar bei Pferden funktionieren. Eine Mischung aus Ingwer und anderen Stimulantien wurde früher alten Pferden vor dem Verkauf gegeben, um ihr Alter zu kaschieren. Wer nur die Knolle sieht, käme nicht darauf. Die Ingwerpflanze ist wunderschön. Ihre Blüte findet sich vielfach in orientalischen Ornamenten. Ingwer ist nicht nur als Gewürz beliebt, sondern er ist auch als Tee. Ausgesprochen lecker. Wer frischen Ingwer bevorzugt, sollte lange Wurzeln mit glatter Schale und wenigen Verzweigungen wählen. Schrumpelige Knollen sind alt und wenig aromatisch. Ingwer riecht aromatisch. Sein Geschmack dagegen ist scharf und würzig. Als Gewürz eignet er sich nicht nur für die asiatische Küche. Ingwer verleiht auch Fruchtsalat oder Möhrensuppe eine scharfe und exotische Note. Untertitelung des ZDF für funk, 2017